Da stehst du dann an dem Stoppschild und plötzlich reißt du an der Kreuzung über dem Hut und die andere Variante, die Klassiker ist, da stehst du da und da bietst du die Hände in dir auf den Parkplatz ab und von vorne wieder raus. Da stehst du und stehst und stehst, da kannst du in der Zwischenzeit ein Handy rausrollen, ein Rezept absetzen, das du schneller zur Fußgleichen kommst. Da wusste ich recht gerne, das Stoppschild ist sowieso nur aufgestellt worden, damit ich vom Welle schneller wie die Sommergeller auf dem Rad rauskomme. Also die Co-Philosophen, die waren ja der Meinung, das Problem mit dem Stoppschild könnte ich mir ganz einfach lösen. Und die Lösung bin ich jetzt mal gespannt. Ah ja, also mein Philosoph, ne? Und Karl natürlich auch ganz großer Philosoph, die sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Ein Stoppschild bleibt, wo es ist und dann sofort in den Stoppschild, ne? In den Stoppschild werden auf den steuernden Kreisel gebaut. Absichtbar. 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 Musik 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 Pus Paulus im Schwimmel, die Fahnen, der Sonnig der Kess. Stolz, 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 die Fahnen, Stolz, Stolz, die Fahnen, Stolz, Stolz, die Fahnen, Stolz, 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 die Fahnen, 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 Stolz, die Fahnen Untertitelung. BR 2018